moin leute und heute am 18 märz 2023 jahr möchte ich euch begrüßen und sagen herzlich willkommen zum eine weitere neue video endlich da meine letzte video war letztes jahr 2000 2020 also 22 ungefähr im mai oder juni wenn ich nicht mich lüge und seitdem bin ich kein fahrrad gefahren ein bisschen und ja am ende hatte ich kein fahrrad keine kamera aber ja heute wieder habe ich im winter ein neues bike gebaut kam er es auch dabei und würde sagen ich wünsche euch viel spaß mit dem video nämlich nehme ich jetzt euch mit auf dem gopro und wir ballen paar treos hier sage ich nicht aber wo weil ja wir dürfen nicht sagen so jetzt fahren wir eine durchstrecke schon eine durchstrecke ist nicht so trocken seit letzten paar tage ist nicht aber so nass ehrlich zu sagen das wird keine professionelle fahrt sowieso aber ich meine kondination ist nicht so beste gab es auch nicht eingestellt kam er auch also muss man ein bisschen jubeln ja bisschen rutschen aber geht ich meine ja wenn man stoppt kann muss vorderbremse bisschen kam er naming irgendwo um Sollte Das bin ich schon seit vorletztes Jahr nicht gefahren, aber allgemein gut. Verkauf ein bisschen, wie ich gesagt, die Konzentration ist ein bisschen schlecht. Leute, habe ich mich verloren, ehrlich. Keine Ahnung, wo bin ich. Ich finde, es ist aber schon ein Panorama. Ich hoffe, ich finde den nächsten Trail. Dann bist du gleich. Ah, hier aber. Schon eine Strecke war hier, oder? Wir sind in der letzten Woche an. Was hat das für den Film gemacht? 24,5 AM. Jetzt fühlst du drauf, hast du auf. Jetzt kommt es in der letzten Woche. Viel Spaß. Danke. Du bist gut. Gebt nach Launa. Wir haben hier ... hallo alles gut ja genauso hier ja 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 ich habe den ruck abgefahren müssen Alter musst du nie gehen oh nice 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 Jetzt war ich da lang aber speichern häufig. War hier eine Kurve, war hier genau. Jetzt machen wir ein bisschen flow hier. Oh man, so nice. Er ist in speed. Hab die Brille vergessen. Ja genau. Hab ich im Auge bekommen. Na geil. Alter. Schluss. Alter. Schluss. Das war schnell. Bisschen chillen. Wir sehen uns auf dem nächsten Trail, hoffe ich. Jetzt ist es schon richtig dunkel geworden. Hopp. Ja genau. Genau. Das kenne ich schon ein bisschen. Und jetzt sind wir schon fast da. Genau. Nach rechts. Welche Ballen wir? Mitte Line? Glaube ich ja. Wenn das nicht mehr softer ist, dann kann ich die anderen schon mal anpacken. Aha. Erstmal aufmachen hier. Das Stück so anrollen und dann. Ok. Ja, ja. Das ist nochmal schon ein paar Sekunden. Da ist es wohl noch die Nache. Ist aber auch cool. Denn hier haben die auch neu gestellt. Oh. Aber der ist glaube ich richtig rutschig wenn es nass ist. Haha. Jaja. Von dem Lehm da. Ah klar. Schön süße. fahr denn jetzt zum autos ja genau auch hier ein bisschen auch hier auch secret spot ich hoffe hier ist es nicht herweih oder? ok das war Ende schon regnet